Willkommen Ihr Mutigen Höhlenreiter. Oh, 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 oh. Hat hier gute Laune mitgebracht. Ich habe meine Mutter im Wohnen gekauft, dass ich drei Tage in der Zeit habe und das Zuhörungsgelassene war. Ich habe gemeinert, ich habe fünf Jahre bei Sündernets gekauft, dass ihr euch auf dieses Abendrück ein bisschen empfohlen. Ich bin 50 Euro. Ich kriege nicht jetzt Euro. Ich möchte nicht mal gucken. Ist okay. Ich habe doch Ausland dabei. Ich bin 50 Euro. Nein, ist okay. Oh, jetzt botten wir alle. In Fahrtrichtung rechts, bitte. Aber nicht in beide Richtungen. Ich sage doch, in Fahrtrichtung rechts. Wir fallen alles auf die Fahrbahn. Das war für mich schon ein kritischer Moment, wenn ich zufrieden bin. Kann ich nicht fahren. Sobald es höher wird und schneller, konnte ich hier alles durch. Ich habe das Problem Höhenangst und alles, was sich schnell in sich reindreht, kann ich nicht fahren. Aber ich habe es damals gemerkt beim Breakdancing. Wie geht es immer? Die rasteht. Wie gestern ist das? Wie gestern kann man das? Wie gestern ist der Sport? Die rasteht. Wie gestern ist die Raste. Wie gestern ist das? Ich dachte... So, war der Rollen? Wie noch? So, war der Rollen? Eben? Eben? Na ja, fährst du alleine, ich geh dann ein Heimdrehen, Ich habe die Probleme, ich komme ein bisschen spät halber, da kriege ich keinen Anstieg. Wir haben dann nach vorne geguckt, dann haben wir noch einen Brustfeld, weil die beiden Jahren glaube ich auch noch bis 22.30 Uhr. Ja gut, ich kenne mich halt hier in Erdauern, aber ich habe keine Hoffnung, wenn man mit fünf Leuten nach Hause bleibt. Morgen sieht die Sachen wieder anders aus, aber hier sind zwar eh nur alle zwei Stunden, die Fahrten sind nach Hause, da kann man dann immer noch rum. Aber heute ist das Zeitpunkt gemacht, weißt du? Lang irgendwie. Alle, wenn ich das jetzt angucke, wird es wühlen. Das ist ein Kühlbett. Nein! Ding! Extra! Extra Runde! Woah! Oh! We're gonna see you this, and we'll see you this. Matthias is the same. What? We're gonna beking it all right? Da's a couple of people. Also we're not really good. Yeah! Wooah! Oh yeah. Oh, Gott! Oh, das ist ja auch! Oh! Oh, das ist ja auch das, ich Mama. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja! Jo, hoi, mein Ehepunkt! Wir arbeiten wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017